1.9.2024, der FIFO ist in Schmidt bei, lauft mal wieder mit in Schmidt. Das kennen wir schon. Das ist neu. Das ist auch was Neues. Offenbar laufen wir hier noch eine Schleife um den oberen Platz. Es könnte sein, dass der Zieleinlauf nicht mehr auf dem unteren Platz ist, sondern jetzt hier oben. Ja, es sieht so aus. Das hat sich verändert. Ziel ist jetzt hier oben. Hier wird offenbar gebaut. Deshalb zumindest in diesem Jahr das Ziel oben. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20. Wie man sieht, das ist der Luftballonlauf. Das ist der Luftballonlauf, das ist der Luftballonlauf. Das ist ein bisschen ambivalent. Ist es jetzt Halbmarathon oder sind es 22 Kilometer? Großen Applaus auf dem ersten Platz, auch vom Tor Schmidt, Marlene Wirtz. Super Marlene! So, es geht los, bitte vier Kilometern. So, prima. Super Marlene Wirtz. Super. Super. Supermichelle B CAT G dreams Of course H Körbe. 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 Schöber, zippa, in die Ränser, lieber. Wolf, klasse. Zippa, 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 zippa. Zippa, 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 zippa. Zippa, zippa, zippa. Zippa, zippa. 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 Keine in drinnen, ne? Genau, dann los! So! Oh, super! Das geht schon! Aber klasse! Prima! 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 Entschuldet im alter Tribut! In der Hitze! Klasse! Gutes Rättchen! Super! Und da kommt sie, die Halbmarathonstrecke. Ja, auf der Halbmarathonrunde kommen ein paar Höhenmeter zusammen. Da oben irgendwo ist der Weg, den sie herkommen. Und hier geht es ein Stück runter, was sie natürlich nachher wieder rauf müssen. Zwar mehr oder weniger auf der Höhe, aber eben nicht flach. Den ersten haben wir verpasst. Da oben... Da oben! Da oben! Da oben! Da oben! Okay. 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 Zipo 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 Hey, schau mal ein Bild zusammen hier. Hey, schau mal ein Bild zusammen. Hey, schau mal ein Bild zusammen. Hey, schau mal ein Bild zusammen. Hey, Stefan. Hey, schau mal ein Bild zusammen. 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 Hey, schau mal ein Bild. Hey, schau mal ein Bild zusammen. Hey, schau mal. Hey, schau mal ein Bild hin. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Ah, super. We sind da wieder. Prima. Hi. Hallo. Prima. Ich bin schnell, bis hier ist. Darf ich Ihnen das kleine Stückchen Parkier geben? Ich muss nicht verlieren, unterwegs. Ja, super. Ja, super. 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 Das lässt sich aufgeben, oder? Genau. Super. Super. Klasse. 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 Wie ist die? Do Alto. Da. Let's go. F Angel. Wisse. Prima! Hallo! Erst Tempomacher, dann Tempomacher. Prima! Schöne Zeit! Nach der Wasserstelle und dem Schatten, hast du gut getroffen. Danke, Peter! Jürgen, super! Da wo ich den Hang hochgekraxelt bin, da wolltet ihr aber nicht hoch. Prima! Prima! Jawoll! Richtig! Prima! Das betrifft den 10er! Prima! Ach, der Joe! Jetzt kommt er aus beiden Richtungen. Prima! Super! Klasse! Klasse! Super! Prima! Super! Prima! 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 Auf! Ja! Ich bin mal. Super Spitze Super Spitze Und der Rolf wieder, prima Ja Nasseh Haha Super Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ja, Wien, klasse! Super! Prima! 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 Und wieder zurück! Das ist ja wunderbar! Prima! prima ja ganz ruhig vorbei super prima classi prima super danke dir super die letzten drei mal prima das ist klasse danke super super das waren die wenig schmeichel saften fotos prima 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 super ich hätte ich ja kennen wir auch so ja auch ich muss den schatten suchen so warm ist das heute tolle leistung von euch super klima kasse super schmierce Da sind wir wieder. Da seid ihr schon. Super. Super. Jürgen, prima. Jetzt wird es auf dem Rückweg. Das ist schon ein positiver Ansatz. Super. Super. Das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter. Ist ja immer noch gut gelaunt, wunderbar. Wunderbar, super, 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 prima, genau so jetzt locker ins Ziel. Prima, super, prima, jetzt zwei, super, super, super. Da bist du ja schon, super, das schaffen wir auch noch. Jawoll, Endspurt. Prima. 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 Super. 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 Prima. 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 Ja, jetzt kommt es im Fernsehen YouTube auf jeden Fall Ich bin groß raus Klein und dick bin ich ja Super Super Der lächelt ja immer noch Unabar Prima Spitze Das 22 Kilometer Schild am Zielbogen hat ja anfangs ein bisschen irritiert, aber jetzt wird klar Wenn hier die 21 sind und wir das Ziel noch nicht sehen können, dann hat der Halbmarathon in Schmidt 22 Kilometer Hier wird also etwas extra geboten Das passt natürlich ins Konzept Da ja der 10er auch traditionell 10,8 hat Prima Da sehen wir mal jetzt zumindest Super Ne, ne, jetzt ist das Stadion runter, weiter Prima Super 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 Gleich geschafft Super 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 Untertitelung des ZDF, 2020